mit einem sehr, sehr emotionalen Lied. Und ich darf dazu nun den wunderbaren Johannes Oerding auf die Bühne bitten. Wenn du gehst. So wie ein uralter Mann, der ohne Stopp nicht mehr kann. So wie ein Flugzeug ohne Flügel. So wie ein Strand ohne Sand. So wie das Meer ohne Salz. So wie ein Gleis ohne Zügel. Der Mensch ist irgendwie komisch. Weil er fehlt so oft, dass was er vergisst. Erst wenn er plötzlich alleine ist, fällt ihm auf, dass er was vermisst. Und wenn du gehst, dann lass ein bisschen was von dir. Hier bei mir, hier bei mir. Weil ich eigentlich schon weiß, du fehlst hier. Wie ein Ballon ohne Luft oder ein trockener Fluss. So wie ein Film ohne Regie. Meine Gitarre ohne Seil, schwarze Tasten ohne Wechsel. So wie ein Lied und Melodie. Ich bin irgendwie komisch. So wie ein Lied und Melodie. 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 Vielen Dank.